Herzlich willkommen in unserem V-Strom Studio. Hier werden neue V-Stroms zusammengebaut. Hier hinten ist gleich die Konstruktionsabteilung und natürlich haben wir auch noch da hinten eine Werkstatt. Aber hier kommen die Motorräder hin, wenn sie fertig schlussmontiert werden. Dann sind die Teilebaugruppen vorbereitet. Gabelbrücken, Top-Endsatz, Räder, Motorschutz, Heckumbau. Hier liegt schon das komplette Fahrwerk bereit und hier stehen die Räder schon und hier steht schon eine Motorrad und die wird jetzt komplett montiert. Bis hier eine Schwarze Dessert Express wird oder auch Red Spark für den Olaf. Ja Olaf, dann sagt einer Frau Strom, hallo. Im Moment hat sie es noch schön warm, weiß und sauber und ich hoffe, dass sie das dann auch immer alles so hat als eine Enduro.